Ikki, König der Minecraft-Fetischkanäle, let's go. Yo, Freunde, der Minecraft-Fetische, ich habe vor zwei Tagen ein Videobuch geladen, wo... Alter, was ist denn heute mit den Effekten los hier? Ganz, ganz wild. Erst mein Intro, was ein vollkommener Effekt ist, und jetzt... ...ich bei Eiterbeule und Co. festgestellt habe, dass die Sexualis... Arrow geht jetzt rüber zu Tim, haut rein. Ja gut, dann merkt man halt, wer ist hier ein treuer Zuschauer und wer denkt sich einfach zu einem anderen zu gehen. Da muss ich halt auch einfach sagen, geht gar nicht und sowas toleriere und akzeptiere ich nicht. Und das ist... Big Mac, bann ihn bitte weg. ...basierten Content in Minecraft mit Kindercharakteren hochladen. Ja, immer das stimmt. Dachten, wir hätten sie besiegt. Dieses Video ist mit Sicherheit etwas anders als meine vorigen Videos. Ich bin nämlich auf ein paar YouTuber gestoßen, welche Cartoons und Videospielfiguren auf sexuelle Art und Weise ausnutzen. So reden wir an Recht. Ansonsten sind das einfach nur mittels dem Zweck, um ganz schnell easy money zu machen, glaube ich. Das ist nicht, dass jemand da selber diesen sexuellen... Hey, das war doch aber klar. Also, wer hätte denn jetzt gedacht, dass die Leute jetzt aufhören mit YouTube? Weißt du, wisst ihr, bei Patrick läuft es gerade krass. Also bei Dandy sozusagen. Bei dem läuft es gerade krass. Der hat ein paar Stunden, macht der mehrere tausend Aufrufe. Wir gucken ja mal ganz kurz. Dandy. Hier, 88.000 Abonnenten. Der hat jetzt mehr Abonnenten als ich. Er hat vor einem Tag ein Video geladen mit 27.000 Aufrufen. Vor zwei Tagen mit 38.000 Aufrufen. Vor drei Tagen mit 100.000 Aufrufen. Vor fünf Tagen mit 40.000. Ihr wisst schon, das hier ist Patrick, by the way. Der macht diesen absoluten Kack-Content für kleine Minecraft-Kitties. Und das ist sehr verstörender Content. Bei ihm läuft richtig. Der macht damit krasses Geld. 6,7 Millionen Aufrufe mit dem Content. Bei ihm läuft richtig. Fast 10.000 Abos im Monat. Bei dem läuft anders krass. Und ich sage euch auch so, wie es ist. Der bekommt damit richtig krasses Geld. Und so was funktioniert. PC, Ehre. Es ist oft so, dass die Personen sich einfach denken, ja, das ist jetzt easy Content, weil pubertierende, frühreife Kids darauf tatsächlich anspringen. Es sind easy Klicks, die nice monetarisiert sind. Ich gönne mir die Kohle rein. Ich glaube, das ist alles. Also was kommt denn jetzt hier? Minecraft-Schmutz. Tja, und damit herzlich willkommen zurück beim bildesten Kanal YouTube Deutschlands. Alter, was ist mit seinen Haaren los? Ist das noch Dude mit Maske oder hat sich hier gerade wer verabschiedet? Das ist doch nicht Dude mit Maske, Leute. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. So kenne ich ihn nicht. Viele von euch erinnern sich bestimmt an die zahlreichen Exposed-Videos von YouTubern wie KurenTV, mir und ein paar anderen Meinungsbloggern über diese widerliche Minecraft-Szene. Wer hätte aber gedacht, dass die Reactions von Monterey wie Vic, Trimax und anderen ausgereicht hätten, und Micky von seinem Weltherrschaftsplan die Jugend YouTube Deutschlands mit seinem Kurz-Content zu versorgen, abbringen würde, Ja, was soll ich euch sagen? Der hat sich gewaltig getäuscht. Der scheinbar geistig umnachtete Icky, welchen man auch unter seinem alten Alias Hige kennt, er geht weiter getreu noch sein... Heißt der auch wirklich Hige oder heißt der Hage? H-I-G-E. Wie würdet ihr sagen? H-I-G-E? H-I-G-E? Oder Hige? Hige klingt immer so komisch irgendwie, keine Ahnung. H-I-G-E. H-I-G-E. Beim alten Motto, heute wieder rein in die Kim Possible, gar kein Bock. Ich dachte mir bei einer weiteren Durchsicht von seinem Schmutz-Content, dass ich da komplett reinhalten muss, bis sich da mal etwas ändert. Und nein, Revy, es ist nicht in Ordnung, so einen Müll auf YouTube zu bringen, nur um damit Kohle zu verdienen. Das ist absolut nicht in Ordnung. Mir persönlich reicht es an der Stelle auch gar nicht, dass nur seine Partnerschaft mit 3D Supplement-Effekt gecancelt wurde, nachdem KuchenTV und ich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich persönlich werde nicht aufhören, Videos über solche Themen zu bringen, bis dieser Typ und auch andere vergleichbare Creator aufhören, Kinder mit ihrem ekelhaften Content zu belästigen und zu versauen. Ich bin tatsächlich komplett vom Glauben abgefallen, als ich mir nochmal den Kanal von ihm angeschaut habe. Bei Danny zumindest hat sich einiges geändert und er bringt nur noch irgendwelchen komischen Horror-Content in Verbindung mit Minecraft. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt der... Aber es ist immer... Ich würde es trotzdem sagen, ihr müsst euch mal vorstellen, da macht jemand Content für Kinder und dieser Content ist so fucking verstörend, da tut mir alles weh. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach. Also ich check das nicht, wie man das übers Herz bringen kann, wenn man weiß, ja, mir gucken eigentlich nur so 5-jährige Kiddies zu und ich mache aber Content, wo schon auf dem Thumbnail irgendeine Leiche ist. Das ist doch krank. Michi, ich grüße dich. Der geilste Content, aber Icki, der hält einfach weiter rein in diesen sexualisierten Kinder-Content. Bevor wir jetzt an dieser Stelle komplett in die Slots gehen, muss ich euch mal etwas erzählen, was mir dabei aber direkt aufgefallen ist. Der Typ blendet seit Monaten einfach immer und immer wieder dieselben Kommentare am Anfang vom Video ein. Dabei sagt er doch jedes Mal, man soll bei ihm fleißig kommentieren, damit man die... Alter, der hat es einfach wahrscheinlich als Intro-Satz genommen, zu den Kommentaren. Das ist ja echt lustig. Chance hat, bei ihm doch erwähnt zu werden. Da dachte ich mir dann doch direkt so, wie scheißegal kann dann bitte die eigene Community sein, wenn man sogar zu faul ist. Einfach mal die Kommentare... Ey, Leute, ich muss aber einem was sagen, so. Ich habe gar kein Problem, wenn man sich die Fingernickel lackiert, so. Aber ich bitte dich, wie kann man es denn ja übers Herz bringen, diesen einen Nagel Gold zu lackieren? Was ist mit dem los? What the fuck? Warum hat der dann nicht alles gleich gemacht? Ich bin so einer, ich brauche symmetrisch. Er kann dann bitte die eigene Community sein, aber so gut zuf. Ey, guckt euch das doch mal an. Das hier ist einfach Gold. Was ist mit ihm los? Warum nicht alles... Gegen die Farbe alle, oder wie? Der will mich komplett verarschen. Ich glaube, der will mich gerade für komplett verarschen, ja. Faul ist, einfach mal die Kommentare zu ändern. Und das absolut Beste dabei ist, dass sein Zuschauer und das noch nicht mal auffällt, dass er das nicht macht. Alter, das ist wirklich maximalslos. Aber gehen wir doch endlich mal in sein legendäres Thumbnail-Game rein. Ich trolle Ikeline unsichtbar in Minecraft. Okay, wir machen jetzt Babys in Minecraft. Ikeline wünscht sich Babys mit mir in Minecraft. Ich treu mir in erwischt Zuschauerinnen und mich in Minecraft. Ich weiß halt nicht, wie oft du vom Wickeltisch gefallen bist, aber deine Zuschauerschaft ist doch mit Sicherheit so im Schnitt so circa 8 bis 5 Jahre alt. Und du willst dich mit einem von deinen Zuschauerinnen treffen? Aber bevor ich dann jetzt letztendlich ein vernichtendes Urteil über dieses Individuum fülle, muss ich doch erstmal noch ins Video reinschauen. Also, let's go. Das ist eine Zuschauerin von dir, Iki. Die guckt eine... Jetzt mal ganz ehrlich, es gibt wirklich Menschen, die sich das geben können. Also, diese... Also, Kinder, die dir das cool finden. Diese verkackte Stimme hier. Das tut so weh. Es tut wirklich so weh. Da muss ich komplett los. Videos und finde dich toll. Ist doch super. Triff dich doch mit ihr. Spinnst du, wenn das Prinzessin Peach erfährt? Die reißt mir den Kopf ab. Das können wir doch nicht machen. Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr das cool findet, dass ich mit einer Zuschauerin mich treffe. Und sie findet auch, dass sie sehr hübsch ist und dass sie meine Freundin sein soll. Aber Peach ist schon meine Freundin. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ah ja, ist mir schon klar, dass das gerade alles in Minecraft passiert ist. Aber zum Teufel noch mal der Typ, der ist einfach Mitte 20 und Stage starten, ein Date mit einer Zuschauerin von ihm, die minderjährig ist. Ich gebe euch noch einen kleinen Spoiler an dieser Stelle. Natürlich ist das Ganze geschauspielert, aber dass dieser Typ, Icky, überhaupt daran denkt, so etwas nachzustellen, lässt mich wirklich erschaudern, um ehrlich zu sein. Das Ganze wird aber jetzt richtig witzig, wenn wir dann diese nachgestellte, geschauspielerte Zuschauerin sehen. Da vorne. Ey, warum versteckst du dich von mir? Hallo, Icky. Oh, ich bin so aufgeregt. Wollen wir mal wetten, das ist ja selber. Er redet gerade selber. Nur halt mit einer anderen, also nur mit einer anderen aufgesetzten Stimme. Leute, machen es jetzt so, alle Non-Subs. Theoretisch können wir es immer machen. Alle Non-Subs sind Icky-Fans. Sind bestimmt alle Icky-Fans. Zusehen. Also jetzt mal for real, niemand kann mir erzählen, dass der Typ kein tiefergehendes Problem hat. Der stellt ja seine Zuschauerin wirklich als kleines Kind dar, bezeichnet die sogar als hübsche, wie wir ja gerade in der Einblendung gesehen haben. Und sein Charakter in Minecraft, wenn wir jetzt mal ganz optimistisch sind, ist jugendlich dargestellt. Also das heißt, wir haben da einen Jugendlichen, der mit einem kleinen Kind ein Date hat? Wirklich, das ist maximals widerlich und du solltest dich im Endeffekt mal im Grund und Boden dafür schämen, dass du dir solche Storys ausdenkst, dass du auf YouTube hochlädst und dass das dann noch im Endeffekt monetarisiert ist. Hast du keine Freunde oder Familie, die dich mal darauf aufmerksam machen, was du da eigentlich... Das große Problem ist einfach wegen Freunde und Familie. Die meisten wissen nicht, dass er das ist. Und ich glaube, die meisten wissen nicht, dass er überhaupt noch irgendwas mit YouTube dort macht. Das ist, glaube ich, gerade das große Problem. Weil ansonsten, wenn das rauskommt und die Freunde und Familie sehen das, dann würden die ihn, glaube ich, verbannen aus der Familie. Wenn du dich hochlädst oder die dir generell einfach mal den Kopf waschen. Aber jetzt mal Real Talk, such dir doch bitte Hilfe. Dein Kollege Dandy hat sich ja auch zumindest etwas ins Positive verbessert und bringt nicht mal solche komischen Videos. Aber mit dieser Story schlägst du wirklich fast komplett den Boden aus. Willst du deine Zuschauer darauf vorbereiten, dass sie mit denen ein Date haben können oder was? Alter, du bist erwachsen. Wann checkst du das endlich mal? Du bist kein 15- oder 16-Jähriger, du bist wahrscheinlich Mitte 20 und stellst dann eine 12-Jährige da, die mit dir auf ein Date geht und du sagst, die sieht gut aus oder was? Junge, was ist los mit dir, Mann? Bitte. Versucht nachzudenken. Wer jetzt aber immer noch der Meinung ist, dass bei Icky alles ganz normal abläuft und er keinerlei Probleme hat, dem rate ich doch, jetzt mal ein folgendes Video reinzuschauen. Wir schauen uns jetzt nämlich ein paar ganz illustre Clips aus dem Video Okay, wir machen Babys in Minecraft an. Achtung. Achtung, Gefahr. Jetzt wird es ganz, ganz gruselig wieder. SupremePyro, vielen Dank für den Follower, Bruder. Was folgt sind Clips dieses kinderfreundliche Meisterbein. Hallo, wer ist da? Icky, ich bin's, Icky Liene. Ich bin gerade arbeiten und heute Abend machen wir Babys. Ich möchte eine Familie haben. Das haben sich auch die Zuschauer gewünscht. Heute Abend ist mein Date mit Icky Liene und dann wollen sie eine Familie mit mir gründen. Aber wie macht man denn Babys, Leute? Wisst ihr, wie das geht? Hm. Ich hab mal gehört, dass der große Storch die Babys bringt, ja? Und zwar in einem Beutelchen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. So, und was ich jetzt mache, Leute, jetzt geh ich in die Schule und frag die Mädels, wie man eine Familie macht. Oh, oh. Icky Liene ist hoffentlich nicht in der Schule. Nee, die ist arbeiten im Krankenhaus. Okay, wir beeilen uns und danach machen wir heute Abend Babys. Ich möchte im Unterricht mitmachen und erklär... Hä? Der sagt gerade selber, ich glaube, dass der Storch die Babys bringt und dann sagt er, wir gehen jetzt und wir machen Babys. Wir willen ja Babys machen, wenn der Storch die Babys bringt. Ich esse lieber weiter. Ich sollte einfach aufhören, wie man Babys macht. Ach, kleiner Mann. Wie man Babys macht, willst du wissen? Von einer Schnecke? Das kann ich dir doch nicht beantworten. Du bist ein Mensch. Icky, wieso willst du denn Babys? Du bist doch kein Familienvater. Ja, was ist denn los mit dir? Leute, Ick, Liene und ich, wir wollen eine Familie gründen. Ich muss halt einfach sagen, dass ich persönlich komplett die Schnauze voll von dieser Art von Content habe. Das Schlimme dabei ist, dass davon niemand wirklich... Ja, tut, tut, ja, danach, ja. ...eine Art und Weise dafür abgestraft wird. YouTube macht nichts, befreundete Creator machen nichts. Das passiert einfach gar nichts. Ich vergesse aber natürlich nicht, dass die ganzen Reactions, die auf das ursprüngliche Video gemacht wurden, nicht wichtig sind. Das ist auf jeden Fall wichtig, um Leute darauf aufmerksam... Also, da tut mir alles weh. Wirklich. Mir tut original alles weh, wenn ich mir sowas reinziehen muss. Und dann gibt es wirklich Menschen, die gucken sich das freiwillig an. Das ist wirklich so belastend. Mir tut es weh. ...zumachen und ich bin ganz ehrlich, das Video, was Kunde von ich gemacht haben, das hat schon ordentlich Reichweite gezogen damals. Aber wessen wäre es doch im Endeffekt, wenn Leute, die wirklich Kontakt zu ihm haben, ihn einfach mal darauf aufmerksam machen und ihm sagen, was er da eigentlich... Robco, grüß dich, Bruder. ...was wirklich falsch an diesem Content ist, weil er persönlich checkt das ja anscheinend nicht dadurch, dass so viele YouTuber Videos über ihn machen, darauf reacten und sagen, dass es scheiße ist. Also, ich meine, da rennt er ja in einem Clip in die Schule und fragt, wie man Babys macht. Also, selbst wenn sein Charakter 16 sein soll, den er da spielt, und diese Freundin... Die Stimmen sind alle gleich schon aufgefallen. Ja, das ist auch überall Hiege. Überall. Also, es ist bei jedem Charakter, den er gesprochen hat, es ist alles Hiege gewesen. Das hat man auch gehört. Man hört ja trotzdem immer so diesen Grundton, wenn jemand seine Stimme verstellt. Und das hat man bei ihm eigentlich relativ gut mitbekommen. Also, lost. ...Heline aus 16 sein soll. Finde ich nicht, dass man sowas Kindern zeigen sollte, weil es sind eben Kinder, die auf solche Videos denken. Super, Mann, ich grüße dich. Er flirtet ja auch dann noch mit diesem Kindercharakter aus dem ersten Video und stellt das halt absolut okay dar. Ich meine, er stellt ja auch zudem noch dar, wie er auf dieses Date mit seiner minderjährigen, wahrscheinlich minderjährigen Zuschauerin geht. Und das ist für ihn dann absolut in Ordnung. Bin ich da wirklich der Einzige, der das so extremst gruselig und abstoßend findet? Ich persönlich finde es extremst schade, dass die Gamescom dieses Jahr nicht stattfindet, weil ich hätte ihn gerne mal persönlich gefragt und zur Rede gestellt, was da genau eigentlich beim abgeht, weil ich finde nicht, wenn der überhaupt mit dort hinkommt. Die Leute, die wissen ja gar nicht, wie der aussieht. Das ist das Ding. Die Leute wissen gar nicht, wie der aussieht, weil die ihn nicht mit Hieke assoziieren. Wenn überhaupt Hieke hingehen würde. Ich glaube, das wäre ihm dann auch teilweise zu peinlich. Ich, keine Ahnung, also die Gamescom, ich persönlich finde es halt schade, dass es nicht stattfindet, einfach weil wir uns so alle zusammen getroffen hätten. Also ich meine, wir werden uns auch so wahrscheinlich treffen. Ich hoffe mal, es funktioniert auch alles. Aber ja, es wäre halt cool gewesen. Die Gamescom ist immer noch mal so ein Ort, wo man sich auch mal treffen kann. Was halt echt nice ist. ...dass das okay ist und ich hätte ihm zumindest ein paar Worte da gelassen, die mir erzählt, was an dieser Art von Content nicht geordnet ist, dass er das sein lassen sollte. Es gibt doch wirklich Millionen anderer Wege, wie man mit Minecraft-Content schnell Geld verdienen kann. Vor allem gerade, wenn man schon diese Reichweite hat. Aber wenn ihr jetzt am Ende dachtet, dass dies der einzige Minecraft-Kanal ist, den ich mir in den nächsten Tagen und Wochen vornehmen werde, dann wartet doch mal bitte auf Teil 2. Mein Bruder, grüß dich. Oh, es gibt noch ein Teil 2. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen, es ist ein gutes Video gewesen. Hat mir Spaß gemacht, hat mich unterhalten, aber es ist halt einfach nur mega traurig. Es ist wirklich mega traurig. Bis zum nächsten Mal.